Das interaktive Bedienkonzept beginnt bei der Installation. Die Installation wird geführt, Initialisierung und Settings werden bestätigt. Und darüber hinaus haben wir ein umfangreiches Management an Störungen und Warnungen. Störungen und Warnungen werden über das Display angezeigt und zum anderen über LEDs an den Stirnseiten, die dann entsprechend rot für Störung und gelb für Warnung leuchten. Der Ort der LED gibt einen Hinweis auf den Fehler. Der Ausgangszustand wird quasi durch eine weiße Haupt-LED signalisiert. Diese weiße Haupt-LED, die sehen wir hier, die signalisiert Betriebsbereitschaft. Damit ich direkt sehe, ob der Motor jetzt zugeschaltet ist oder nicht, gibt es dann noch einen weiteren Zustand, nämlich eine grüne Haupt-LED. Und im Display sehe ich sogar, in welche Richtung sich der Motor dreht. In diesem Fall rechts. Das Gerät überwacht die ganze Zeit seine Peripherie und wir haben diverse Warnungen und Störungen. Die wir detektieren können. Warnungen sind rein informativ. Störungen führen zur Abschaltung des Gerätes. Gesetzt im Fall, ihr Netzteil ist fehlerhaft. Die Haupt-LED ist gelb. Diese Visualisierung deutet mir den Warnungszustand an. Und Sie sehen auch, dass das Gehäuse auch beleuchtet wird. In diesem Fall handelt es sich um eine Überspannung, die den Steuerstecker betrifft. Der sitzt hier oben. Deswegen leuchtet es auch am oberen Ende des Gehäuses. Eine weitere Größe, die wir bei diesem Gerät beobachten, ist die Temperatur. Das heißt, wir messen an diversen Stellen im Gerät die maximale Temperatur. Und wenn hier kritische Werte überschritten werden, möchten wir den Kunden frühzeitig darauf hinweisen, damit er auch rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und deswegen leuchtet es sowohl oben als auch unten, weil das ganze Gerät betroffen ist. Bei dem Motorstatter überwachen wir natürlich auch den Motorstrom. Und wenn der unter einen kritischen Wert sinkt, dann wird mir das visualisiert. Und zwar am unteren Ende, weil dort der Laststecker für den Motorabgaben sitzt. Der kritischste Fall, der eintreten kann, ist ein satter Kurzschluss an der Last. Hier spielt das Gerät seine Stärken aus. Wir schalten in acht Mikrosekunden den Kurzschluss sicher ab. Das würde sich am Gerät dann folgendermaßen bemerkbar machen. Wir sehen, dass jetzt die Haupt-LED rot leuchtet. Und auf dem Display bekomme ich die dezidierte Fehlerbeschreibung, dargestellt als Short Circuit. Wenn ich jetzt diesen Haupttaster betätige, dann bekomme ich sogar noch eine detaillierte Anleitung, wie ich diese Störung beheben kann. Die vorgeschlagene Abhilfemaßnahme ist Check Motor Cable. Wenn der Kunde diesen Schaden behoben hat, kann durch ein weiteres zweisekündiges Drücken des Haupttasters die Quittierung erfolgen und der Betrieb kann fortgesetzt werden. Mithilfe eines USB-Kabels kann das C14-Gerät mit dem Laptop verbunden werden. Und jetzt können diverse Einstellungen vorgenommen werden. Mithilfe der Export- und Importfunktion können Konfigurationen gespeichert und auf andere Geräte aufgespielt werden. ZIT ZIT Vielen Dank.